hallo und herzlich willkommen zu so geht in diesem video sind wir in der digitalisierung und zwar von unterricht und schauen uns mal wieder das lms die lernumgebung moodle an in der version 356 und in diesem video wollen uns mal anschauen wie man kurse strukturiert oder eigentlich ein ganzes moodle strukturiert und wenn euch das video gefallen hat dann lasst gerne ein abo da und gebt einen daumen nach oben aber im video kurse strukturieren wir haben ja einen kurs in den videos davor erstellt ich habe jetzt einfach mal mathematik genannt so sieht er aus die videos die dazu geführt haben weil ich gerne oben rechts die beschreibung dann kann man schauen und jetzt gehen wir einfach mal davon aus wir gehen zurück auf die startseite das jetzt sind nicht nur ein kurs da bleibt sondern dass entweder ein derer ganz viele kurse braucht oder eben im idealfall ganz viele kollegen und innen da auch mitmachen das heißt wir wollen jetzt erstmal hier eine struktur schaffen jetzt seht ihr hier schon ich habe eingestellt dass nur die kursliste angezeigt wird und was das heißt zeige ich euch gleich mal was umstellen unter der website administration da haben wir jetzt auch den bereich kurse oder haben wir nicht und jetzt immer und kurse und kursbereiche verwalten darüber macht man es und ihr seht auf der linken seite oder erst mal wenn ihr es seht das können nur die drei höchsten ränge administrator moderator das nächste und kurse stelle oder so heißen die ersten drei rechte ein das recht muss man haben um zu machen zu können wenn sie die auf der linken seite kursbereiche hier ist einer in englisch sonstiges schon angelegt und da drin befindet sich unser kurs also gut und davor ist nur eins das heißt da ist der drinnen und wenn ich den anklicken also dann wird er auch angezeigt ich befinde mich jetzt gerade in diesem bereich und da ist er drin ist natürlich die erste frage und wird auch gar kein bereich angezeigt deswegen erst was umstellen damit diese kursbereiche überhaupt angezeigt also wieder auf die administration und ganz unten haben schon ein anderen video zu den ersten einstellungen der startseite ich auch gerne oben in die information da haben wir nämlich gesagt dass man was man sehen soll dass man nichts sehen soll wenn die startseite also nicht angezeigt werden nicht angemeldet ist so sein und nach der anmeldung soll eine kursliste angezeigt werden mehr nicht hier kann ich also jetzt andere sachen anzeigen kombi liste kursbereiche guckt mal klickt man was dadurch guckt euch das man was ihr am schönsten findet hier geht es ja um strukturierung also bei euch kursbereiche einmal nach ganz unten und speichern wenn ich jetzt auch meine startseite mir seht ihr auch jetzt habe ich so ordner und in diesem ordner drinnen findet sich mein kurs und von denen würde ich jetzt ganz viele aufbauen und das nicht die kurse hier direkt stehen also website administration kurse und kursbereiche verweilen wir wollen den kursbereich hinzufügen also ein ordner sage ich jetzt mal und ich komme ja von einer berufsbildenden schule niedersachsen wir haben also ganz viele schulformen und haben also als höchste ebene der strukturierung die schulformen genommen das kann bei euch natürlich anders sein vielleicht seid ihr an einer grundschule könnte man jetzt ja auch was ich erste klasse zweite klasse dritte klasse vierte klasse das höchste ebene nehmen manche schulen nutzen aber eben auch modul für ihre kollegen dann könnte man auch sagen man nimmt klassen und einen tiefer nimmt man erste zweite dritte klasse und so war da müsst ihr mal schauen ist überhaupt nicht schlimm wenn ihr im nachhinein feststellt dass das nicht gut ist was ihr gewählt habt hier ist alles super einfach verschiebt baum und umänderbar fangt einfach mal an und findet eure struktur so bei uns gibt es zum beispiel ein berufliches das ist die schulform wie eine berufsschule fachoberschulen fachschulen das haben wir als höchste struktur berufliches gymnasium und wir geben den ganzen also einen kürzel bei uns das berufliche gymnasium bg jetzt soll das ja natürlich nicht in den ordner sonstiges ich praktisch aber trotzdem mal daran also ihr könnt ihr einfach auswählen wenn ihr wollt dass es woanders vielleicht noch mal zeigen dass es kein problem sonst noch machen muss hier kann ich jetzt wieder beschreibende text hier befinden sich alle kurse des beruflichen gymnasiums großbräuche stellen und jetzt haben einen ordner berufliches gymnasium kurz bg der befindet sich jetzt in diesem also nicht hier rein klicke da befindet sich jetzt das also zum einen der kurse liegt auch noch und es befindet sich das berufliche gymnasium da das ist natürlich irgendwie nicht doch nicht gut ist es so deswegen kann man das hier auch anklicken und sagen nee das soll da ja gar nicht hin so ich möchte es verschieben ihr seht wenn ich das hier an hake werden sachen die vorher ausgegraut waren aktiv und das möchte ich jetzt ganz gerne auf die oberste level so was der level schicken übrigens alles was jetzt drin wer würde mit verschobene also auch von euch da später auffällt kein problem so jetzt mache ich mal noch einen zweiten kurs bereich und jetzt auch einen richtigen damit man schon was sieht jetzt würde ich ganz gerne und will ich jetzt aus das gehört zur beruflichen gymnasium und jetzt möchte ich dass das fach zum beispiel mathematik bereich bekommt vielleicht abgekürzt ma oder mt muss man gucken welche und stamm noch offen sind doch mehr nehmen das nur so wie wir es machen und ich möchte auch einen weiteren bereich weil jetzt hoffe ich ja das ist das auch als berufliche gymnasium das vielleicht deutsch mit macht kürzel die so jetzt habe ich schon ein bisschen struktur aufgebaut ich zeige euch das gleich mal auf der startseite will aber erst hier ist noch etwas zeigen deswegen habe ich es gemacht man hat jetzt ja irgendwie m vorne dann b und hier ist auch mvd jetzt kann ich natürlich die ganze zeit das macht hier hochschieben und auch der unterschieden bis ich das die struktur habe wenn ich aber eine alphabetische struktur oder sowas haben möchte kann ich auch einfach jetzt hier sagen hätte ganz gern alle kursbereiche nach namen des kursbereich ist aufsteigend und dann sortierung nach dem vollständigen namen aufsteigend wenn sachen gleich sind manchmal dann seht ihr jetzt ist b oben und auch die steht vor allem und der andere ordner m ist darunter jetzt ist hier noch der kurs drin und ihr könnt auch sachen sagen also doch gesagt die deutsch euch doch nicht und ausgeblendet werden kommt er später oder wie auch immer die frage ob dieser bereich angezeigt wird ja oder nein und jetzt gucken wir erstmal dass wir den kurs daraus kriegen hier also wir gehen wieder auf den ordner unserer kurs drin ist dann sehen wir gehen hier und auch den kurs kann man natürlich hier anklicken und auch hier haben wir so ein verschiebe tool und wir möchten nach ins berufliche gymnasium mathematik verschieben dann ist da drin und ihr seht man hat jetzt auch so die möglichkeiten wenn man ganz viele hat eine ganz große struktur nachher aufgebaut hat dass man hier auf und zu brauchen kann diese bäume ok jetzt wenn ich da wieder ein klicke jetzt sehe ich im beruflichen gymnasium direkt unter diesem ist kein kurs was ja auch ganz gut ist darunter ist deutsch da ist auch noch kein kurs da würden jetzt alle deutschkurse rein können und unter mathematik haben wir schon kurs und der ist leer und der wird ja auch vorne mit angezeigt also könnt ihr jetzt auch hier bei diesem zahnrad im kurs hier löschen seid euch nur sicher dass da nichts drin ist also dieser kursbereich ist leer sagt er wenn da was drin ist sagte auch der wir hatten inhalt der kurs der kursbereich soll der kursbereich verschoben werden könntest du wieder auswählen wohin das soll was da drin war wenn ihr sonst sagt alles löschen dann ist auch wirklich weg hier steht auch wieder herstellung nicht möglich aber wir brauchen den bereich auch nicht so jetzt ist der auch weg jetzt zeige ich das noch mal auf der startseite wie das jetzt aussieht ihr seht jetzt habe ich hier berufliches gymnasium ich habe deutsch ja mathematik und hier kann ich jetzt tatsächlich auch wie auf der anderen seite alles eil und ausblenden also hier kommen wir vielleicht noch mehr schulform vielleicht kommt irgendwie so eine oberkategorie lehrerzimmer irgendwie wo ihr euch lehrer irgendwie organisiert wurden form habt wo ich austauscht mehr und die paar tausend möglichkeiten und so kann man relativ einfach strukturen aufbauen ich gerne mal ganz kurz zurück eine kurse und in den das bereich ihr seht hier könnt ihr sachen sortieren und könnt ihr ganz einfach verschieben hier könnt ihr das was ihr angeklickt habt das was da drin ist verschieben ihr könnt hier natürlich auch neue kurse anlegen hier drüber und jetzt wenn ihr auch sagt eigentlich wäre es schöner in deutsch die oberstruktur wäre dann ist das kein problem und darunter irgendwie berufliches gymnasium dann könnt ihr einfach die sachen verschiedene deutsch könnte jetzt ja verschiebe ich jetzt ins top level und mathe und sie könnte weise natürlich auch und jetzt sage ich und dann möchte ich diese strukturen umgekehrt haben ich hätte ganz gerne dass das berufliche gymnasium zu mathematik oder sowas gehört ob das sinnvoll ist also müsst ihr entscheiden ich will damit nur zeigen wie schnell also man muss ja keine angst haben nicht wird man kann ganz schnell die strukturen ändern ohne dass was verloren geht so und ich brauche das berufliche gymnasium jetzt mal in mathe rein wollte ich auf jeden fall da reinpacken noch mal berufliche gymnasium hatte jetzt ist es da drin ist das struktur umgekehrt da bist du den kurs natürlich wieder reinpacken also ihr seht ihr könnt diese strukturen ausprobieren und wenn er sagt nee ist nicht ganz so toll krise jederzeit wieder rückgängig machen und somit lässt sich eben relativ einfach eine schöne struktur aufbauen auf seiner seite müsst ihr nur gucken welche struktur dann eben zu euch passt kurse löschen das noch mal ganz kurz das kann ich ob das zu strukturieren gehört aber ich mache es noch mal ganz kurz hinten ran kurse löschen geht hier auch ganz gut also ich stelle mir mal vor uns mal vor in der mathematik da ist ja mein kurs ich kann natürlich ein kurs anlegen matematik 2 vielleicht kurz mathe 2 kann natürlich tausend die ganzen einstellungen alles machen was ich da immer machen kann wenn ich mich ganz tief damit beschäftigen möchte oh mathe gibt es schon seht ihr muss auch mal eindeutig sein mathe 2 sollte da auch hin dann seht ihr auch hier ich kann das hin und her schieben mit diesem weil ich kann das den pfeilen sortieren ich kann es aber auch wieder loswerden wo ich gerade sagen löschen ich kann es auch hier drüber wieder sortieren natürlich und ich kann auch so ein kurs natürlich löschen aber aufpassen dass was ich jetzt zeige der kurs ist dann weg ihr könnt hier neben dem zahnrad natürlich auch hier löschen klingen wenn ihr einmal noch gefragt an ihr löschen klickt dann sagt er was er gemacht hat dann ist der kurs auch weg also auch kurse wenn die mal stören oder sowas das kann man hier super einfach drüber administrierten neue kurse und zu kurse weg große strukturieren noch mal ein kleiner nachtrag für dieses video soll es aber auch schon wieder gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder ein